Wie erkennt man, dass man zu viel Todelbiscuit geschaut hat? Man guckt ins Optionsmenü und sieht das hier. Also wenn die Musik oder sonst irgendwas hinterher zu laut oder zu leise ist, dann liegt das daran, dass ich im Schneiderprogramm nachhelfen musste. Na ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem First Looks zu Bad Bots, einem Spiel, wie ihr gesehen habt, von Point5 und Digital Tribe, ein Action-Indie-Plattformer. Ist im Moment auch runtergesetzt im Zuge der Steam-Sales. Und schauen wir doch mal, was dieser Plattformer zu bieten hat. Ich dachte, es hat vorhin Audio-Support, wohl nicht. Ach so, Impenetratable Shell, aber dann due to Irrupal Damage. Einmal Spannungsmach Die Musik ist noch an. Ich dachte gerade vor einem Moment, dass ich aus dir die Musik ausgestellt hätte, aber nein. Das war scheinbar so beabsichtigt. Ich bin verwirrt. Oh, ach, da geht's weiter. Ja, ich bin verwirrt. Ob dem Steamschub soll es voller Audio-Unterstützung haben? Bin ich... Habe ich irgendwas falsch, oder? Naja... Who might you be, and why are we in this squash bay? I am Mother, the titans historian and recordkeeper. Anforderning of a little time to get more familiar. Compaction is set to begin any minute. Now the overt compactor will make us notice to crush us. Ich habe keinen Bock, das alles vorzulesen. Das ist jetzt... Mother carried. Toll. Geht's hier noch weiter? Tatsächlich. Und da unten ist eine Axt. Und da unten ist eine Axt. Und da unten ist eine Axt. Drei. 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 kill all humans mit einem Schwert aus Minecraft war Sprachausgabe wirklich so schwer Dana Oh wow, ich habe vier Health verloren 50 Jahre Hmm. Hmm. Es hat schon so nette Oldschool-Shooter-Mechanik und so Plattform-Mechanik, aber irgendwie zündet das gerade noch nicht bei mir. Ah. Aber diese Schlaganimation ist schon geil. Merkel nicht in Kabel springen. Ja, ich weiß nicht, dass die Schlaganimation ist. Ja, ich weiß nicht, dass die Schlaganimation ist. Ich hoffe, die Fässer da explodieren nicht. Hintergrund. Auf wem wird er geschossen? Ich habe das Gefühl, die Fässer da ist. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. krasser action start dass hier wirklich keine musik ist irritiert mich total und keine er läuft ja auch komplett lautlos kürze ist mir unten rein ach hier ist eine escape portion da will ich noch nicht hin gut zu wissen dass mein spiel schnellst gesichert ist nicht mehr nicht mehr spawnen die Gegner nicht, das wäre echt mies. Ich versuche die da an mich zu kriegen. Da ist der Käpt'n wohl, oder zumindest eine Aufnahme vom Käpt'n. Ja, okay, es gibt hier einen anderen Weg, aber da kann man noch nicht längs, weil man erkommt ja jetzt, oder auch... ... ... ... ... ... ... ... ... Target down. Target found. Hmm, we need to see something else. Boah. Hier liegt ein Klus von mir, nicht. Ich glaube, diese Luftschüchte wurden gebaut von Tödliches Larry Rind Incorporated. Nein, ich muss die schlechtesten Witze auspacken, um hier halbwegs durchzu... Was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich werde das so, was ich auch sagen. Ich werde das so, was ich. Oh, natürlich. Oh, my God. Also, wenigstens der Chef-Entwickler, der sich umher setzt, kann man wenigstens die Zeile vertun können. No, this can't be. Oh, Porzellan-Augen. Oh, das ist das Spiel. Lassen wir mal kurz einen ruhigen Moment. Ja, vielen Dank. So, das reicht dann auch für unser First Looks zu Bad Bots. Ja, irgendetwas fehlt hier, finde ich. Irgendwas passt hier nicht, finde ich. Das klingt jetzt merkwürdig, aber irgendwas an diesem Spiel ist seltsam. Aber ich kann es noch nicht genau sagen. Vielleicht habe ich es bis zum Test rausgefunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr wisst, das Ganze ist so Social-Media-Prozedere. Ich bin jetzt fertig und genieße noch ein bisschen die Stille hier auf der Titan Hauler. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ... ... ...